Diese zwei Männer sind echte Helden. Marinko Barucic und Tomislav Krewic. Im Sommer letztes Jahr retteten sie jemanden das Leben. Dafür wurden sie jetzt mit der hessischen Medaille für Zivilcourage ausgezeichnet. Wir wünschen uns sehr gerne. Es war eine schöne Feier. Und wir werden es bestimmt wieder tun, wenn so etwas passiert. Mir geht es auch, das zu bekommen. Das ist auch für mich was Neues. Am 23. Juli, kurz vor Dienstbeginn ihrer Nachtschicht, beobachten die 2 Sicherheitsmänner der Frankfurter Verkehrsgesellschaft eine Rangelei in der Nähe der Konstabler Wache. Es waren 3 Personen beteiligt. Ein dreistischjähriger Mann und 2 etwas ältere Männer. In dem Moment zog einer der 3-Personen eine Waffe, eine Machete, und ging auf die anderen los. Wir sind dann mit meinem Partner zusammen runtergelaufen. Das war dann schon im Gange. 2 Personen wurden schon verletzt. Wir haben den Typen entwaffnet, dann vorläufig festgenommen, bis die Polizei kam. Die Polizei kam schon nach 2 Minuten und nahm den Angreifer fest. Marinko und Tomislav wussten, was sie da taten, auch wenn es gefährlich war. Wir sind auch für die Sachen ausgebildet. Falls Leute denken, dass sie so etwas zutrauen können, würde ich jedem empfehlen, das zu tun. Es konnte Schlimmeres hindert werden, wo wir angegriffen haben. Das kann auch vielleicht irgendwie anders sein. Marinko und Tomislav. 2 Männer, die nicht nur Mut bewiesen, sondern auch Leben gerettet haben.